Hallo zusammen, Thomas hier. Was macht ein gutes Foto aus? Die Frage ist mit Sicherheit so alt wie die Fotografie oder sogar die bildende Kunst, wenn es auch um gemalte Bilder geht. Was macht ein gutes Bild? In dem Fall, was macht ein gutes Foto aus? Ein Foto, das uns fesselt, das zum richtigen Hingucker wird, wo wir gar nicht mehr weggucken können, das Fragen stellt oder das im Idealfall sogar in der Lage ist, uns eine Geschichte zu erzählen. Was macht das gute Foto aus? Was brauchen wir dafür? Ist es dafür wichtig, dass das Foto auf den Punkt knacke scharf ist? Dass wenn wir das Foto in der Bildbearbeitung betrachten, sogar bei 200% noch jedes Pixel auf dem Punkt scharf ist? Oder ist es der Dynamikumfang, dass wir möglichst alles von ganz dunkel bis ganz hell in der Aufnahme haben, ausreizen können? Ist es der Kontrast oder ist es notwendig, die Aufnahme unbedingt im RAW-Format der Kamera zu fotografieren? Brauchen wir dafür unbedingt Festbrennweiten? Oder müssen wir damit unbedingt mit den drei Objektiven fotografieren, die jeder Fotograf angeblich haben muss? Brauchen wir Objektive mit einer Offenblende von 1.2 oder 1.4? Brauchen wir für das gute Foto unbedingt eine Kamera von Canon, von Sony, von Nikon, von Fuji und so weiter und so fort? Like, da darf man natürlich nicht vergessen. Alle anderen, die ich jetzt nicht nenne, bitte nicht böse sein. Es geht natürlich ganz klar nur darum, ist eine bestimmte Kameramarke notwendig, damit ich ein gutes Foto machen kann. Mit Sicherheit tragen all diese technischen Aspekte in Teilen auch dazu bei, dass ich als Fotograf, dass ihr als Fotografen in der Lage seid, gute Fotos zu machen. Denn wir brauchen ein gutes Werkzeug, damit wir das, was wir damit tun wollen, gut machen können. Aber wie groß ist der Anteil? Ist der technische Anteil wirklich das, was am Ende das gute Foto ausmacht? Und was ist das Wesen eines guten Fotos, damit es eben fesselt eine Geschichte erzählen kann? Ich habe dazu mal Fotos rausgesucht, nicht von mir, sondern von einem aktuellen Fotowettbewerb. Und die möchte ich mit mir, mit euch, nicht alle, aber einige davon möchte ich mir mit euch angucken. Vorher noch ein ganz kurzer Hinweis. Die Frage und oder auch vor allen Dingen die Antwort darauf, was ein gutes Foto ist, ist in gewisser Weise subjektiv. Aber es gibt auch objektive Kriterien. Es gibt Fotos, die auch bei Fotowettbewerben gewinnen, wo jeder von uns sich die Frage stellt, warum hat das Foto jetzt vielleicht sogar den ersten Platz gemacht? Es schließt sich uns nicht immer. Dennoch, ich denke schon, oder zumindest ist es meine Wahrnehmung, dass bei Fotowettbewerben, wo auch eine qualifizierte Jury letztendlich dafür Sorge trägt, dass die Fotos ausgewählt werden und dass von den vielen eingereichten Fotos manche eben zum Sieger werden und manche eben letztendlich dann zumindest wieder hinten runterfallen, dass wir davon ausgehen können, dass im Großen und Ganzen da schon ziemlich gute Fotos dabei sind. Und deswegen habe ich, wie gesagt, einen aktuellen Fotowettbewerb mal hergenommen und möchte mir mit euch einfach nur das eine oder andere Foto angucken, von dem auch ich in meiner Wahrnehmung der Meinung bin, das ist sicherlich ein gutes Foto. Gucken wir mal rein. Das ist das Siegerfoto des Fotowettbewerbs der IPP Awards. Und ich finde das Foto sehr beeindruckend. Und ich würde dem Foto den Titel geben, kleiner Junge, großer Fisch oder sowas in der Richtung. Zumal es auch noch schwarz-weiß ist, gefällt es mir sehr gut, denn wir brauchen für das, für die Aussage, dieser Hai, der fast von dem Jungen gestreichelt zu werden scheint, brauchen wir keine Farbe. Auch das Foto finde ich ganz hervorragend, zumal es mich an ein Foto erinnert, so wimmelbildmäßig, das ich vor einigen Jahren auf Borkum gemacht habe. Deswegen habe ich das nämlich als Hintergrund gewählt, so ein Wimmelbild auf diese ganzen Strandkörbe und die Leute, die sich innen um die Strandkörbe herum aufhalten. Auch das finde ich ist ein sehr beeindruckendes Foto. Zwischen jeder Säule sitzt ein Mönch. Eigentlich eins der Fotos, das mir besonders gut gefallen hat, ist das hier. Denn das Bild erzählt zumindest in meiner Wahrnehmung definitiv eine Geschichte und eine sehr plakative Geschichte. Hund und Fressen. Der Klassiker, weil der sich auch noch mit der Zunge die Läfzen ableckt und dann diese Pommes. Und ein Foto, was mir auch sehr gut gefällt, ist das hier mit dem Trabi in der Tiefgarage. Ich habe noch weitere einzelne Fotos rausgesucht aus den Wettbewerben der Vorjahre. Das Foto finde ich ganz grandios, zumal ja auch die Person, die hier diese Sojasaucen anrührt, auch eine Kopfbedeckung hat, die der Öffnung dieser Sojasaucentöpfe entspricht. Dann diese, das Ganze ist fast monochrom und doch, trotz ist es farbig, finde ich, ist ein ganz grandioses Foto. Und noch das letzte aus dem Fotowettbewerb von 2022 von Rachel Sela. Der Mann, der komplett vermummt ist. Ich weiß gar nicht, hat der da Klopapier um den Hals. Auf jeden Fall finde ich die Aufnahme auch wirklich sehr, sehr eindrucksvoll. Und was haben jetzt diese Fotos alle gemeinsam? Sie haben alle eine gemeinsame Basis und diese Basis ist, alle Fotos sind fotografiert mit einem iPhone, also mit einem Smartphone. Deswegen steht für mich jetzt gar nicht das iPhone an der Stelle bei den gemachten Fotos im Vordergrund, sondern für mich ist das iPhone eigentlich nur so der Stellvertreter, das Synonym für Smartphone-Fotos. Und genau das bringt uns auch eigentlich wieder an den Anfang unseres Videos heute zurück. Was ist es, oder was ist es, so, noch früher am Morgen, was ist es, was ein gutes Foto ausmacht? Und was brauchen wir dafür? Denn wenn man nicht wüsste, dass das iPhone-Fotos sind, Smartphone-Fotos sind, man sieht es, würde es, könnte es den Fotos nicht ansehen. Und das ist für mich das Entscheidende. Das Werkzeug, das verwendet wurde, um diese Fotos zu machen, tritt gerade bei dem Smartphone sicherlich am stärksten in den Hintergrund, weil alle Smartphone-Fotos, die wir machen, die meisten zumindest, da können wir nicht viel, brauchen wir nicht viel Technik. Wenn ich mit dem Smartphone fotografiere, ich habe ja für die Street-Fotografie wirklich nur noch das Smartphone, was ich nutze und habe also sogar meine Kamera, die ich mir da extra mal dafür gekauft hatte, habe ich verkauft, habe ich abgeschafft. Ich benutze sogar mein Smartphone, obwohl ich mit dem Smartphone, was ich habe, relativ viel sogar manuell einstellen kann inzwischen, benutze gerade für die Street-Fotografie das Smartphone eigentlich nur im vollautomatischen Modus. Das Einzige, was ich variiere, ist die Brennweite. Ich habe drei Festbrennweiten zur Verfügung und das ist das Einzige, was ich variiere. Also den Rest lasse ich von der Kamera machen. Das heißt, wir kommen auf etwas, was wir alle wissen. Das gute Foto macht nicht die Technik. Die Technik ist nur das Werkzeug. Das gute Foto macht der Mensch, der die Technik festhält und der am Ende auf den Auslöser drückt. Wir brauchen für gute Fotos nicht die beste Kamera. Es ist vollkommen egal, welche Kamera wir benutzen, um das Foto zu machen. Ein gutes Foto können wir mit jeder Kamera machen. Aber nicht jeder, der eine Kamera hat, macht damit ein gutes Foto. Das ist ein gutes Foto.